Ein Gastronomie-Konzept der internationalen Art bietet das Café-Restaurant-Diwan in Welz. Sie haben in dem Restaurant in der Schwimmschulgasse 1 mit über 120 exzellenten Gerichten die kulinarische Qual der Wahl. Ob feurige mexikanische, leichte mediterrane oder bodenständige österreichische Küche, das kreative Kochteam beherrscht die Zubereitung all dieser internationalen Genuss-Highlights. Wichtig für Restaurantinhaber Ali Kopara ist neben dem einmaligen Geschmackserlebnis vor allem die Verwendung von frischen, hochwertigen Zutaten. Günstige Mittagsmenüs und Pizzen sowie die Möglichkeit, sich die Speisen zustellen zu lassen, haben dem Café-Restaurant-Diwan in ganz Welz einen hervorragenden Ruf eingebracht. Erleben und genießen auch Sie im Café-Restaurant-Diwan die lukulische Vielfalt dieser Welt. Der sympathische Familienbetrieb freut sich schon auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017